Zerfuß Leute! So, jetzt haben wir was kleines Altes. Zwar die Kids Crackers oder wie da falsch geschrieben wird, in deutsch die Kinder Karcher. Das sind 50 Stück kleine BKS Böller oder halt Karcher. Eben in der Klasse 1. Steht ja schon da frei verkäuflich, jugendfrei. Da war halt mit den Brand da drauf, mit den Banderbären da. Und oben in der Kastel steht halt 303C. Seid und so, eigentlich sind es Lady Karcher. Da sieht man ein Ding. Aber durch 50 Stück ist da eben der Inhalt. Ist los. Will das nicht mehr scharf werden, oder? Ja, ist aber... Da steht da eh auch noch. Nur im freien Verwenden. Und, warte mal, schauen wir mal, dass wir das da scharf kriegen. Oder ich wackele zu viel. Weizen. Ja. Sonst sind wir sofort wegwerfen. Ja, klar. Alles klar. Da mit bei Feuerstein Büro-Technik. Ich weiß nicht, die Kamera will heute echt nicht. Die schaut halt so verschwommen als, dreien als wie bei mir gestern, noch mal in Geburtstagswunderung. Feuerstein Büro-Technik. Ja, Feuerstein Büro-Technik. Austria. Ja, eh klar. Hergestellt in China. Da steht eh der gleiche Zinno. Sagen wir so, da steht halt noch um mit, dass unter 18 Jahren frei verkäuflich ist. Was ist denn heute mit der Kamera los? Ah, jetzt. Ja. So, will heute nicht richtig. Aber egal. Gehen wir weiter. So, dann machen wir mal das Wacktl auch. Das ist jetzt in Beobacht, was ich da bekommen habe. Eben, wie man sieht, sind das alles so einzelne Ledegacher. Legen wir da her. Neigen wir da ein bisschen an die Kamera. So, was man da mal sieht. So, das sind so Pippi kleine Ledegacher. Der grauen Lund noch. Bisschen gibt's. Hinten sind so Zamp-Rest. Ja, sind halt in zwei Formen. Da sind noch grüne andere drin. Ja, und den hat es früher übrigens, wo es noch solle Straßenmärkte gegeben hat, zum Kaufen gegeben. So, und jetzt gehen wir mal her. Jetzt probieren wir mal sowas aus. Wenn er sterben bleibt. Erstmal lassen wir es liegen da. Und sie sind nach wie vor noch volle Laut. Stellen wir da gleich dann her, wenn er sterben bleibt. Jetzt. Aber es mag leider nicht so. Aber schau, da ist eh noch. Jetzt gucken wir mal der Bierstof noch rein. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was das kommt an. Ja, der noch zu schwach zerlegt. Ja, der noch zu schwach zerlegt. Boah, was ist denn da? Der ist mal platt. Jetzt könnten wir mal was probieren. Schauen wir mal, wie weit der jetzt den Bierdeckel da rein hat. Oder auch nicht. So, jetzt ist er weg. Dann werden wir nochmal das mal lassen können. So, das Umweggefummelt. So, jetzt haben wir ihn. Probieren wir es heute nochmal. So, da. So, da. Okay. Was weiß. Jetzt sind wir den noch so. Alter. Die Sache ist, dass die rund echt nur so laut sind. Aber nichtsdestotrotz. Ich will das jetzt ausprobieren. Mit den Lappers und Wiener. Mit dem Bierdeckel. Gut, dass wir da gleich Mulke wieder nehmen. So. Nachher. Haben wir ihn wieder. Für mich anscheinend ein bisschen schwierig mit meinen Wustfingern. Dass ich den so auch wieder setze. Oh, jetzt probieren wir den nochmal. So. Weil das ist der Sticker. Schauen wir mal. Ooytta. Ooytta. Bist du deppert. Wua. Der hat schon noch ein Stecker g'leitet. Ooytta. Was hat das jetzt deppert? Ich habe selber gar nicht mehr gewusst, dass das zuerst soll. Aber so. Jetzt probieren wir mal. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass so was man als Klasse 1 mit PKS bekommen kann. So, jetzt sind wir noch ein paar. Brutal. Wild. Er sagt, dass er noch richtig gehört. Ein Brachialo-Ledigkracher. Schauen wir mal, ob wir da noch einmal so einen fetten finden. Ah ja, ich habe ihn noch gefunden. So ein Gässer. Ja, Gässer. Bisschen dick ist er jetzt. Aber probieren wir es nochmal. Ah, der war aber nichts gescheit. So, der. Der wird einmal sicher auch nicht gehen, so wie der auch schon. Und der da. Ja, ich glaube gar nichts. So, dann füllen wir den da noch rein. Oh, da hat man jetzt noch einmal so einen Dicken. Schauen wir mal, ob der noch schneitzt. Boah, total. Ist der so heftig gewesen? Echt nicht ohne. Oh, da ist ein roter auch dabei. So, ein bisschen größerer. Mit komischen fetzen Lunden da. Aber der hat auch nicht mit ihm. Ja, gut. Ja, gut. Machen wir doch mal. Na, da hat ich so. Los, muss man gleich mal gut halten. Das heißt, jetzt lege ich noch ein paar zusammen. Drei mal, jetzt haben wir halt drei. Drei zusammen. So ein Mal, ne? Das wäre es heute früh, weil es immer Spaß gemacht hat. Als letzter Fuß, ne? So, einer ist liegen geblieben. Boah, brutal. Ja. Da sind wir noch die Fetzel abgeflogen. Für den Ding. Wie man sieht, jetzt legen. Da überall noch Schalterler. Für die kleinen Dinge. So. Die paar sind übrig geblieben. Die lasse ich noch in Sohnemann verzünden, weil der sich vergaut hat damit. Oder sagen wir so, dass er sich mit mir halt da verzünden darf. Die letzten paar alten Kitzcracker. Ich hoffe, eigentlich hat euch das alte Kitzcracker gefallen. Aber das war es schon wieder gewesen mit dem letzten. Also, bis zum nächsten Mal. Und zerfuß.